hallo und herzlich willkommen zum heutigen video hallo thomas hallo eric finde ich wieder dabei zu haben freut mich auch dass ich wieder da sein darf ja du hast eine trade idee heute mitgebracht ich habe eine eine aktie auf herz und nieren geprüft mit hilfe von fast graphs und auch eine analyse von von erdgas mit hilfe von commitment auf traders bevor wir in die materie einsteigen werfen sie bitte wie immer einen blick auf den disclaimer den finden sie unten in der video beschreibung ganz wichtig an dieser stelle alles was wir sagen ist keine anlageberatung und keine aufforderung wertpapiere zu handeln so thomas ich gebe dir erst mal das wort du hast ein short trade mitgebracht diesmal nicht auf netflix glaube ich nein diesmal nicht auf netflix sondern auf rh die für mich in einer charttechnisch spannenden konstellation sind wie immer gilt natürlich heute sind die märkte ja zu morgen und dass dieser trade intakt wirklich eingegangen wird muster kurs vom freitag unterschritten werden sonst ist das alles was ich hier erzähle nur makulatur ich habe hier eingeblendet den kaleidoskop indikator aus der trade helden akademie ids im chart zu sehen und unterhalb des charts ist der option trading pal indikator da drinnen und beide zeigen ein verkaufssignal an ich will jetzt ein bisschen rein zoomen wir sehen hier in diesen übrigens von brian super neu programmiert diese widerstandsunterstützungszonen die manchmal größer manchmal kleiner sind hier steuern wir im moment auf eine größere widerstandsunterstützungszone zu bevor ich rein so mehr so mich mal raus also diese zone da wo wir hier sind die ist schon relativ lange intakt war hier einmal unterstützung dann ein paar mal hier unterstützung und ist jetzt eigentlich auch schon seit langer zeit ein widerstand und wenn ich jetzt ein bisschen näher hier rein zoome dann sehen wir schon dass er wirklich einen sprint hingelegt hat hier die letzten tage und dass es hier oben jetzt langsam aber sicher das momentum rausgeht und es scheint als würde der kurs umdrehen was man vielleicht jetzt ein bisschen weniger hier sieht sind diese roten felder die ich zeige es hier oben also das ist jetzt rot hier dann ist es wieder grün ich denke man kann es ganz gut sehen wenn man es ein wenig größer macht und was man bei rh schön sieht ist wenn der kurs hier immer wieder diese 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 widerstandszone erreicht hat dann kommt eine umschaltung auf rot hier ich kann da noch kurz zeigen die einstellungen die ich hier habe im kaleidoskop indikator und dann geht es wieder mal ordentlich nach unten das ist hier einmal passiert dass es hier ein zweites mal passiert auch hier sind wir auf rot geswitcht sind runter gegangen auch der otp indikator hat natürlich dann jedes mal auch ebenfalls ein verkaufssignal gegeben und eine ähnliche konstellation sehen wir jetzt hier wieder das heißt jetzt natürlich nicht dass es genauso wie in den vergangenen beiden malen wieder ordentlich runter rasseln muss aber die wahrscheinlichkeit ist meiner meinung nach gegeben und deswegen werde ich mich ja vermutlich hier in in der nähe dieser unterstützungszone mit einem bear boot spread positionieren muss man dann natürlich noch genau anschauen wenn die märkte morgen offen haben laufzeit wahrscheinlich länger als ein monat und wird wahrscheinlich so irgendwo bei 280 landen mit den strike prisen das werde ich mir dann noch genau anschauen wenn die märkte morgen offen haben auf alle fälle und auf diesen kaleidoskop indikator noch ein wenig einzugehen ich habe hier den 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 wichtig den rsi anstieg habe ich hier drinnen der ist für mich wichtig dass es auch der der hier ausschlaggebend ist in diesem trend die bollinger bänder sind drinnen und eben dieses unterstützungs widerstandsniveau ist drinnen und vielmehr ist es auch schon gar nicht mehr das heißt relativ simpel man kann mit diesem indikator noch viel viel mehr machen zum beispiel den trend reingeben du hast das im video auf meinem kanal gezeigt der rege ich könnte jetzt noch den half trend hier reingeben dann würde sich das ganze natürlich hier von bildern wenig ändern aber ja mit dem rsi anstieg habe ich ganz gute erfahrungen gemacht insofern jetzt nach diesem werden wir jetzt noch nicht in der roten zone nach dem rsi anstieg schauen und ja soweit meine kleine und kurze trade idee auf short rh bestechende analyse tatsächlich sehr überzeugend mal gucken also vor allem diese kombination aus verschiedenen indikatoren die dann ein gesamtbild geben wie es weitergehen könnte schauen wir mal also ich hoffe dass du mit dem einstieg da vorankommst schauen wir mal gut dann können wir zu meiner analyse und wie angekündigt geht es erstmal um eine aktie die ich mit hilfe von fast graphs analysiert habe übrigens für diejenigen die das das video verpasst haben ich hatte ein fantastisches video mit chuck karneval dem gründer von fast graph letzte woche und wir haben uns fast eine stunde über die funktionalität von fast graph unterhalten was man alles in diesem tool da machen kann das interview war auf englisch also muss man natürlich sind sich mit englisch auskennen aber ich glaube es relativ klar zu verstehen und die funktionalitäten sind weiterhin sehr sehr interessant und ich habe mich jetzt dem thema gas versorgern gewidmet es gibt da in den usa 13 börsennotierte schwergewichte sage ich mal so es gibt bestimmt noch mehr aber hauptsächlich 13 die in der industrie sehr sehr stark vertreten sind und auch an den märkten und all diese versorgen haben weisen vor und nachteile auf also es gibt kein perfektes unternehmen in diesen bereichen keinem bereich übrigens aber ich hätte jetzt ein unternehmen herausgesucht und zwar ugi corporation das aus meiner sicht eine gesunde balance aufweist zwischen bewertung profitabilität wachstum dividendenrendite und dividendenwachstum auch dieses unternehmen hat gewisse mankos also keine frage vor allem in sache cashflow muss man hier ein bisschen aufpassen aber ansonsten finde ich dieses unternehmen interessant also wie gesagt sektor ganz klar gas versorgen also gibt es keine nicht viel dazu zu sagen ist dieses unternehmen ist am bereich pipeline da zuständig da kann man sonst auf finwis zum beispiel gucken was das unternehmen alles so macht und die logik von den fast graf ist glaube ich mittlerweile klar man sieht hier in schwarz den verlauf des kurses und diese orange linie erlaubt es quasi die überbewertung oder die unterbewertung eines unternehmens quasi einzuschätzen anhand des kurs gewinnverhältnisses und des wachstums des unternehmens und man sieht hier dass der kurs tatsächlich unter diese orange linie notiert und das deutet auf eine unterbewertung hin und ich habe mir viele andere gas versorger angeschaut und ist glaube ich eine der wenigen gas versorger der tatsächlich unter eine unterbewertung aufweist in dieser hinsicht hier so dann ist es auch so dass das unternehmen eine dividendenrendite aufweist ganz kurz zurück und dann liegt diese dividendenrendite sieht man hier rechts bei 3,5 prozent sozusagen das ist akzeptabel es ist nicht so enorm aber wenn man sich die entwicklung über die jahre anschaut sieht man dass im schnitt das unternehmen die dividendenrendite in den letzten 20 jahren um primaldorm sieben prozent erhöht hat pro jahr und jemand der zum beispiel im jahr 2003 10.000 dollar investiert hätte in diese aktie hätte damals 455 dollar dividenden pro jahr bekommen das entsprach damals eine rendite von 4,5 prozent und heute würde er mit derselben anlage 1700 dollar vereinnahmen das heißt mit in bezug auf seinen ursprünglichen 10.000 dollar die er angelegt hat durch dieses dividendenwachstum durch die reinvestition der dividenden würde er aktuell pro jahr 1700 dollar dividenden vereinnahmen das entspricht dann 17 prozent rendite in bezug auf die anlage von vor 20 jahren sozusagen und das finde ich auch sehr interessant wenn man einen langen atem hat geduld hat und tatsächlich auf eine aktie setzt die also dividendenwachstum aufweist dann kann man schon eine fantastische rendite dann bekommen und man sieht auch dass die das unternehmen diese dividenden wirklich ununterbrauchend in den letzten 20 jahren erhöht hat also das ist für mich ein pluspunkt es gibt bestimmt auch sicherlich bessere unternehmen in dieser hinsicht aber das ist schon aus meiner sicht nicht nicht übel und ein positiver faktor bei diesem unternehmen dann forecast und kalkulators dieser forecast basiert auf analysten die dann das wachstum des unternehmens da einschätzen und grundsätzlich die idee dass die aktie wenn alles richtig läuft sozusagen die möglichkeit hätte auf diese orange linie zurückzukommen das würde bedeuten wenn sie jetzt zum beispiel ende 2023 auf die orange linie zurückkehrt dass sie eventuell bei 46 dollar notieren könnte sind notierten unterhalb bei rund 40 dollar das wäre also ein wachstum von ungefähr 13,7 prozent und bis 2025 könnte man eventuell eine wertsteigerung von insgesamt 30 prozent eventuell erwarten wenn diese ganzen prognosen zutreffen natürlich ja also das ist alles theorie aber das kann man schon mal ich sage mal so auch als positiv bewerten dann ist die frage wie gut sind diese analysten wenn sie forecast machen oder prognose und dazu gibt es diese analyst scorecard und dann sieht man hier vor allem hier unten rechts dass in 92 prozent der fälle die analysten auf zwei jahre sicht tatsächlich die die ergebnisse oder die genau die ergebnisse von von dem unternehmen richtig einschätzen und acht prozent haben quasi die prognosen verfehlt es gibt jetzt nicht so viele analyse diese unternehmen abdecken aber trotzdem ich gucke mir das gerne an und wenn ich hier mehrheitlich einen gelben chart da sehe dann denke ich okay die prognose fähigkeit von diesem analysten ist momentan nicht schlecht und das sagt mir auch dass diese prognose eventuell auf einer soliden basis beruht aber alles sehr natürlich sehr sehr theoretisch mit vorsicht zu genießen gas versorger ist ein sehr besonderer sektor ja das ist nicht so ganz einfach einzuschätzen und wie ich das anfangs gesagt habe disclaimer ja es ist keine anlage beratung das ist höchstens eine achse die ich jetzt auf meiner watchliste habe und ich beobachten werde eventuell dann ein trader einzugehen so dass dazu dann komme ich jetzt zu dem erdgas selbst und möchte eine analyse zeigen anhand von commitment of traders daten die werde ich noch mal kurz erklären und auch da kann man sich gerne auf tradingview stützen also auch in tradingview gibt es indikatoren die auf diese sogenannten commitment of traders daten zurückgreifen abgekürzt cot und da kann man schon einiges tatsächlich analysieren ohne dass man auf kostenpflichtige tools oder so zurückgreifen muss also was man hier sieht ist der natural gas futures als wochenchart seit 2017 und dann sieht man erstmal hier darunter direkt zwei kurven eine rote kurve und eine grüne kurven interessant an dieser stelle ist die rote kurve diese rote kurve steigt zeigt die relative positionierung der sogenannten commercials also in der analyse der commitment of traders gibt es unterschiedliche händlergruppen und eine händlergruppe besteht aus diesen commercials auch hedgers genannt und das sind typischerweise große produzenten oder große konsumenten von dem jeweiligen rohstoff und diese ist einmal so diese produzenten die schützen sich zum beispiel gegen fallende preise und die konsumenten schützen sich gegen steigende preise des rohstoffes und der vorteil bei diesen ganzen transaktionen ist dass die protokolliert werden das heißt diese große hedgers diese commercials müssen ihre hand ihr handeln mit futures protokollieren das wird von einer behörde in den usa dann aufgenommen und man bekommt als privatanleger oder allgemein im internet zugang zu diesen daten also die berichte sind ein bisschen komplex zu lesen aber die kann man auswerten und das was man hier sieht ist zum beispiel eine auswertung und dieser chart hier ist das cot index das heißt da wird die relative long oder short positionierung von diesen hedgers und von diesen commercials ins verhältnis gesetzt zu der positionierung vor zum beispiel 52 wochen ja also man kann auch da die periode einstellen hier ist es auf ein jahr gesehen und man sieht hier dass diese rote linie sehr sehr stark im oberen bereich und hier sogar bei 100 prozent das heißt die commercials diese produzent vom rohstoff sind momentan so stark auf der lungseite positioniert wie seit 250 wochen 22 wochen nicht mehr also verhältnis zu den letzten 250 wochen sind sie sehr stark auf der käuferseite positioniert und man könnte daraus ableiten dass es eine trennwende bei dem rohstoff geben könnte das heißt dass das eine aufwärtsbewegung entsteht das problem ist dass diese cod daten kein gutes timing indikator darstellen also man sieht auch hier zum beispiel gut hier hat es tatsächlich gut funktioniert die waren eine weile auf der long seite positioniert und tatsächlich gab es eine massive aufwärtsbewegung in dem natural gas aber man sieht auch hier zum beispiel im im sommer 2019 dass sie auch mehrheitlich sehr stark auf der long seite positioniert waren und es hat jetzt nicht wirklich geklappt also es gab keine massive aufwärtsbewegung die kam erst später und nicht so wirklich im anklang mit deren positionierung die grüne linie übrigens zeigt die positionierung von den großen spekulanten wie zum beispiel investment fonds die eher so trend folgend sind ja also die sind die man in der regel das gegenteil von den commercials an dieser stelle so trotzdem wenn ich das sehe denke ich okay die commercials also die die hedgers die produzenten von erdgas im montant extrem extrem stark auf der käuferseite positioniert das könnte sein dass es irgendwann eine trennwende gibt man sieht dass der natural gas in den letzten wochen massiv gefallen ist und dass es vielleicht wieder demnächst eine aufwärtsbewegung geben wird aber demnächst kann wochen oder monate bedeuten dazu komme ich später normal so dann sehen sie darunter normal dieses gelbe histogramm das ist ein bisschen schwer zu erklären aber grundsätzlich stellt dieses histogramm die der anteil der commercials am open interest des natural gas futures der das open interest die offene position stellt die die anzahl der sich im umlauf befinden futures kontrakte dach ja also die die masse an futures kontrakte die gerade gehandelt werden und die höher dieses histogramm desto höher ist der anteil von diesen commercials am open interest und wenn er im positiven bereich ist dann heißt es dass dieser anteil sehr sehr stark auf der longen seite positioniert ist das heißt es gibt schon eine korrelation zwischen diesem histogramm und dieser rote kurve hier aber es gibt manchmal auch gewisse unterschiede und auch da sieht man dass dieser histogramm auf einer sehr sehr hohe auf einem sehr sehr hohen niveau notiert und zwar genauso hoch wie anfang 20 20 so pi mal daum und wir werden auch gleich sehen was 20 20 passiert ist und das ist für mich auch ein zeichen okay dass das die hedgers die commercials einen sehr sehr großen anteil am open interest auf der long seite quasi halten ich gehe jetzt erst mal nur auf den chart des des natural gas ich mache das hier ein bisschen größer damit man es besser sieht das war anfang 20 20 ja man sieht dass das ein bisschen gedauert hat aber irgendwann hat auch gas hier ein boden gefunden und dann ging es richtig explosionsartig bergauf ja und das ist immer das das problem dann von strichen mit den commitment of traders wie gesagt das timing ist manchmal schwer einzuschätzen das heißt man muss diese commitment of traders daten mit anderen indikaturen kombinieren zum beispiel einfach ein trend indikator und warten bis der neue trend sich materialisiert ja also man hält ausschau nach der positionierung der commercial sei es auf der long oder auf der short seite und dann achtet man auf die technik und auf die bewegung des marktes und wenn alle die ganze konstellation vorhanden ist ja so eine eine käuferse kaufer positionierung der commercials plus eine eine günstige chart konstellation dann kann man eventuell ein eintritt wagen und der letzte punkt den ich hier zeigen möchte ist die saisonalität das ist unser indikator hier aus der aus der akademie man sieht dass im januar und februar natural gas eher so gegenwind hat in seiner saisonalität also januar ist ein das ist der schwester monat von der saisonalität her für natural gas februar ist auch schwach aber dann ab märz und dann im april und im mai hat normalerweise erdgas eine sehr also sehr sehr stark rückenwind und ich würde tatsächlich jetzt wie folgt vorgehen aber auch da es ist keine empfehlung an dieser stelle ich würde auf jeden fall bis mitte februar warten weiterhin diese dieses bild da beobachten gucken ob ob sich diese cot index weiterhin hoch hält ob dieses gelbe histogramm vielleicht noch ein stück höher geht und dann würde ich und das ist ein bisschen die methode die auch thomas nutzt bei den einstiegen auf wochensicht warten bis die die kerze der vorigen wochen überwunden ist das heißt sobald das hohe der vorigen wochen dann überwunden wird dann würde ich eventuell auf einen ein trade eingehen und wie kann man natural gas handeln es gibt dazu ein etf der kursfristig jetzt auf ein ein jahres sicht die den verlauf der future sehr sehr gut widerspiegelt langfristig nicht so gut aber kursfristig für ein trade ist ja schon geeignet das ist der ung also ein etf auf natural gas und da muss man ein bisschen aufpassen vielleicht haben sie auch da mein video gesehen der ung gehört zu diesen publically traded securities oder publically traded partnerships diese ptps und da muss man steuerlich ein bisschen aufpassen aber der ung gehört zu den etfs die eine sogenannte qualified notice haben das heißt wenn ich den handeln würde hätte ich stand heute keine steuerlichen nachteile und ich würde den etf sowieso nicht in der form handeln und auch handeln können kann ich sowieso nicht als privatanleger in deutschland ich würde mit einer option da rein gehen und wahrscheinlich also wenn sich dieses setup bewahrheitet und bestätigt bis mitte februar würde ich wahrscheinlich einen long call eingehen in etwas längeren laufzeit um quasi den verlauf von natural gas zu replizieren und wieder zu spielen das wäre meine trade idee wie gesagt momentan füße still halten warten bis sich die lage nochmal hier konkretisiert warten bis die saisonalität für einen spricht und auch warten bis der 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 rohstoff selbst natürlich die richtige richtung eingeschlagen hat was man dann nicht der fall ist ja also das das wäre die idee für für heute so und damit guck mal ob ich was vergessen habe ich glaube nicht wäre ich auch am ende meines lateins für heute super ja ja also ich verweise noch mal ganz kurz auf das video von thomas auf thomas kanal den link finden sie unten in der videoschreibung und wird wahrscheinlich auch hier irgendwo eingeblendet wie immer da wir heute uns die marktlage in ihrer gesamtheit angeguckt mit interessanten charts von thomas und auch ein paar indikatoren von von unserer seite auch unter anderem ein indikator den sieht zwei monate lang kostenlos testen können den sektoren map also auf jeden fall das video von thomas hier nochmal anschauen und ja es war ein bisschen kontrovers heute aber es ist alles lieb und brav geblieben ja und auf jeden fall anschauen und selbst dann die eigene meinung bilden thomas ich danke dir ich danke dir auch eric und bis nächste woche ist nächste Woche tschüss tschüss